Die nächste Meldung heißt, Kanzler Scholz gegen sofortigen Waffenstillstand, gemeint ist Palästina. Meine Damen und Herren, ein Waffenstillstand würde Verhandlungen einleiten. Ein Waffenstillstand kann zu Frieden führen. Das muss die Tagesschau, müsste die Tagesschau schon kompletieren. Also wendet sich Kanzler Scholz direkt gegen Friedensverhandlungen, wenn er gegen einen Waffenstillstand ist. Wir haben es mit einer brutalen, deutschen Begünstigung dieses Kriegs und der USA zu tun, die diesen Krieg haben will. Sie will, sie steuert diesen Krieg, sie sagt Ja dazu. Sie ist die Macht, die den Krieg morgen am Tag beändern könnte, wenn sie wollte. Aber das ist nicht gewollt und was die USA nicht will, das sollte die Tagesschau vielleicht mal nebenbei erwähnen, Das will Kanzler Scholz auch nicht und deshalb ist er gegen sofortigen Waffenstillstand, ein Waffenstillstand, der die Einleitung zu einem Friedensprozess wäre. Es ist schon ziemlich gespenstisch, wie unsere Regierung, man ist es nicht, aber die deutsche Regierung sozusagen sich sklavisch an den Interessen der USA orientiert, eine USA, die den Krieg in Israel so haben will, wie er verläuft. Manche Nachrichten, meine Damen und Herren, existieren gar nicht, obwohl sie es wert wären, dringend wert wären, existieren gar nicht in der Tagesschau. In diesem Fall ist es der von der WHO vorgeschlagene große Pandemievertrag. Diese Meldung kannst du in der Tagesschau, die an sich eine gute Suchmaschine hat, kannst du einfach nicht finden. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, Sie erinnern sich sicherlich, die hat die sogenannte Corona-Pandemie durch eine willkürliche Änderung der Hürden zur Ausrufung einer solchen Pandemie ermöglicht überhaupt. Das ist das, was da passiert ist, dieses Corona-Wirtschaften, dass das überhaupt Pandemie genannt werden durfte. Diese WHO will nun sozusagen einen Generalvertrag uns allen überstülpen, einen Vertrag über Pandemien als solche. Es gibt, und da die Tagesschau diesen Vertrag gar nicht erwähnt, gibt es auch das nicht. Nämlich es gibt eine Verfassungsbeschwerde, eine Verfassungsbeschwerde von vernünftigen Leuten beim Bundesverfassungsgericht gegen diesen drohenden Pandemievertrag. Was wäre dieser Pandemievertrag? Ich lese mal aus der Verfassungsbeschwerde etwas vor. Da steht drin, durch die Verschärfung der internationalen Gesundheitsvorschriften im vorgesehenen Pandemievertrag werden die Entscheidungen im Gesundheitsbereich komplett, komplett an die WHO übertragen. Und damit verliert die Bundesrepublik in allen Bereichen ihre Entscheidungsmacht. Was dort in Vorbereitung ist, das ist eine Art Weltregierung. Eine Weltregierung, die scheinbar der Gesundheit dient, aber das wissen wir ja schon aus der Corona-Zeit. Es schadet der Demokratie, es fixiert die Zensur in den Medien auf den Punkt zu sagen, WHO ist gut, Pandemievertrag ist prima, das alles kennen wir aus der Corona-Zeit. Das alles soll erneut wiederkommen, genau mit diesem Vertrag. Und wer das nicht erwähnt, wer den Vertrag nicht erwähnt, wer nicht erwähnt, dass es eine Verfassungsbeschwerde gibt. Und wer nicht erwähnt, dass das Bundesverfassungsgericht diese Beschwerde erst gar nicht angenommen hat, in einer undemokratischen, diktatorischen Haltung geradezu, wer das nicht erwähnt, der macht keine Nachrichten, der macht Reklame. Der schafft es durch Auslassung von Nachrichten, die Menschen zu manipulieren. Da sagt ein Einzelner, man könnte es auch die taggisch auch amerikanische Redaktion Deutschlands nennen, ARD. Oder die Meinungswacht um Acht oder agitative Reklame der Demagogen ARD, amerikanisch gesteuerte Restherrn-Dezimierung, Arbeitsgemeinschaft für regierungsnahe Desinformation oder aber eine wunderbare englische Variante des Namens American Rectal War Disease. Also, auch der ist nicht schlecht, großartige Namen wurden eingesendet, aber aus der Fülle der Namen hat die Redaktion sich für folgenden Sieger, den Gewinner der goldenen Klobürste, entschieden. Es ist Erhard Wezerer, Erhard Wezerer schreibt uns, die ARD sollte heißen, absolut radikale Desinformation, ARD. Lieber Erhard Wezerer, herzlichen Dank für diese Einsendung. Die Redaktion hat gesagt, ja, das ist es, das ist perfekt. Ich will Sie noch einmal wiederholen, weil sie so schön ist. Absolute radikale Desinformationen gleich ARD. Dafür gibt es die goldenen Klobürste. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich bei Ihnen allen. Es grüßt Sie, wo immer Sie sind. Die Macht um Acht und Ihr Uli Gellermann. Die Macht um Acht und Ihr Uli Gellermann.